Genau, Dünger brauchte ich, ich muss dringend schlafen, muss dringend schlafen, 30 habe ich hier jetzt nur das ist ungünstig, was haben wir hier noch, ach nix, 78 muss dringend schlafen, machen, zeug machen war das hier mit den Motten, wenn ich schon mal da bin Fledermausflügel, was haben wir hier noch so, was krieg ich denn von den Maden nochmal Ah, ok, oh, ich hab schon gesagt, dass ich schlafen muss, ich hab schon erwähnt Hilfe, Hilfe, ich muss dringend schlafen So, jetzt kann ich machen, hier, noch ein bisschen Dünger Hier auch noch einen Schwitzendünger Und das könnte ich auch noch machen Dünger verbessern, Dünger verbessern, ich weiß nicht Welchen davon, ich nehme einfach den jetzt Und einen davon Ist mir egal Ok Ne, wir gehen oben lang Wir gehen hier oben lang Dann können wir nämlich hier nochmal Nach dem Rechten sehen Oh Jetzt fehlt schon wieder Wasser Geht aber auch schnell Tja, Infusion Schnaps Das war sein letztes Wort Da trugen ihn die Englein fort Zabalidab Das wollte ich machen So, Kollege, du kannst auch das hier machen Wenn du sonst nichts zu tun hast, bevor du dich langweilst So, Ranken Ein paar Ranken Ein paar Ranken Genau Zack So, Upgrade Tsching Upgrade Tsching Upgrade Neun von Äh, ich brauch nochmal Dünger Ich wusste es Und hier Dünger Jawoll Und Spitzendünger So Und hier auch bitte Dünger Und Dünger verbessern Spitzendünger Und hier auch bitte Dünger verbessern Spitzendünger Spitzendünger Und da fehlen uns wieder welche Und dann pflanze ich hier an Traubengold Opfensamengold Hmm Hmm Ist die Frage, was brauch ich denn? Achtzehn Vierzehn Vierzehn Ich weiß nicht, wie viel auf ein Feld drauf müssen Zwölf Ok Ok So Ich freu mich Ich freu mich Ich gehe mal ein Schläfchen machen Ich gehe mal ein Schläfchen machen Wir sprechen Oh Der Tag ist vorbei Oh Mist Oh nein Oh nein Ich glaube das war's mit Gebet, ne? So ein Mist Kann ich noch beten? Kann ich noch beten? Ja ich Oh nein Oh nein Schaff ich das? Schaff ich das? Also Kerzen machen schaffe ich jetzt nicht mehr Oh beten kann ich noch Huiuiui Das war aber knapp, ey Huiuiui Dann können wir noch ein bisschen was mitnehmen hier Toll, 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 toll Ein spätes Abendgebäß Äh, Gebäß Ein spätes Abendgebäß So 2,70 Ja sag ich mal Gib ran So machen wir das Glück gehabt Ok, was wollte ich machen? Dünger Siehst du, jetzt bin ich gerade schon wieder hier Das klärt gut Ich brauche noch Spitzendünger Einmal Das reicht ja auch schon Und schon sind wir im Geschäft Leiche könnte ich noch gebrauchen Ist eine da zufällig? Habt ihr irgendwie in der Leiche gesehen? Warte mal Kann ich hier noch andere Sachen machen? Was brauche ich denn da? Weiße Farbe Verlangsamungslösung Und die bekomme ich wie? Wie bekomme ich denn eine Verlangsamungslösung? Blauer Schleim Was ist das denn hier für eine? Giftige Lösung Das ist auch keine Verlangsamungslösung Beschleunigungslösung Grünschleim habe ich leider nicht mehr Das ist sehr schade Ordnungslösung Lebenslösung Lebenslösung Was war hier mit? Auch nicht Ähm Mard Was hat man da? Ne auch nicht Wie sieht die nochmal aus? Die Verlangsamungslösung Ich könnte auch Öl nehmen Habe ich noch irgendwas was ich testen kann? Ne gar nicht Oh ich habe hier ein paar Lösungen So Was war das denn? Was war das denn? Schmetterling Ich weiß nicht ob der eine Verlangsamungslösung bringt Studieren ich muss mal hier rüber gehen Ne da kann ich nicht rüber Mann So Chaoslösung Verlangsamungslösung Ach guck mal an Und aus Bienen wachsen Ja das sehe ich gar nicht ein Und aus Hopfen Wieso arbeite ich hier noch in weißer Farbe? Na gut Kerzen Können wir da Kerzen machen Immer noch für das nächste Mal Jetzt haben wir schon mal zwölf Zwölf ist schon mal gut Äh Die können wir nicht machen Hier könnten wir es noch Ah ja So was wollte ich noch machen? Öl Ähm Dafür muss ich ja eigentlich hier an die Presse oder? Oder kann ich das hier machen? Öl Nee Ach hör doch auf Äh Ach hör doch auf Äh Ich weiß nicht mehr Wie konnte ich denn noch mal Öl machen? Wie konnte ich denn noch mal Öl machen? Das war gar nicht so schwer ab Außerdem Kann ich den Typen mitnehmen? Ähm Konnte ich das nicht hier machen? Hier ne? Öl Aber aus Fett und nicht aus Naja Super Ich hole mal ein bisschen Fett Was ich hier alle Was mache ich überhaupt ey? Das gibt es doch gar nicht Naja Egal Nun alles nur nicht das was ich wollte Bisschen Fett So Bisschen Fett Oh Das reicht glaube ich Erstmal wieder 40 Öl Sehr nice Sehr nice Für auch immer ich jetzt das Öl wieder rum brauche Ist ja nicht zu fassen, ne Okay Hey Ich kann wieder weiße Farbe machen Ach da Alles klar Was macht er? Er macht die Dinger und dann kann der weiße Farbe machen hier Alles zu tun Neue Leiche Er macht verschiedene Lösungen, Lebenslösungen Weiß auch nicht wofür Weiß auch nicht wofür So Ich habe immer noch den Dünger Da hinten liegt noch eine Leiche rum Soll ich die direkt auferstehen lassen? Nö, warte mal, warte mal, warte mal, gleiche nehmen. Das holen wir da raus. Ich weiß auch jetzt nicht, ich glaube, eigentlich ist es, äh, es macht, glaube ich, auch einen Unterschied, wie viel, äh, weiße Totenkörper der hat. Meine ich, äh, wie effizient der ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ist mir aber jetzt auch wurscht. Ehrlich gesagt. Kann ich hier noch mehr Dünger machen? Noch einmal Spitzendünger 1 und ich hätte auch gerne, eigentlich noch einmal gerne Spitzendünger 2. Ich schaue mal eben. Ob ich da nicht noch mal was Geschmacksverstärker technisch reißen kann. So. Hu Jui Jui, sehr gut. Alles klar, komm mit. Ach ja, hier liegt ja auch noch einer rum. Wasser. Wasser brauchte ich auch noch. Ach man, ey. Könnte ich einen hier ins Wasser stellen? Ne. Heute wäre jetzt zu gut gewesen. So. Warte mal. Warte mal. Zumli-du-du-du-du-du. Zumli-du-du-du-du-du-du. Zumli-du-du-du-du. Und legen. Fertigen. ach ja das ding muss ich noch upgraden fertigen ich hätte gern einmal hier den goldenen hopfen und hier auch goldenen hopfen oder goldene trauben wir machen hier mal goldene trauben er ist schon wieder fertig dann kriegt er noch mal den goldenen hopfen ist das jetzt hier drinnen oder wo kommt das hin ich habe keine ahnung wo der kollege das hier eigentlich hinbringt arbeitseffizient 12 ok also es macht was aus so viel dazu so viel zum thema arbeitseffizient 2 das ist ja super gut die fregals arbeiten hier jetzt weiß ich immer nicht zehn nägel 3 und 5 in der merke zweifle ich gerade ich brauche holzkeile huch ja schon wieder holzkeile so machen wir eben ein paar holzkeile hier come on und dann kann ich sagen hier kann er die wieder weitermachen jetzt habe ich nicht geschaut ok was habe ich gesagt das ist auf jeden fall zu wenig zehn nägel und hiervon brauchte ich sechs aber ich meine ich brauchte fünf bretter das ist natürlich doof wir können ruhig ein bisschen was holen so kommen wir noch mal ein bisschen ich würde alle sind für mich den verbraucht bitte merkwürdig und noch eine so sehr schön hier auch noch eben sehr cool kann ich upgraden jawohl kann ich noch mal upgraden ne ne jetzt fehlt mir tatsächlich einer einmal spitzendünger fehlt mir ach komm wieder auf das ist doch nicht zu fassen einmal spitzendünger bitte habe ich hier noch welche ich glaube nicht ich habe hier keinen mehr leiche 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 weiche auch noch so man noch so eine schicke noch so eine schicke halt ich glaube den hier nehme ich noch weg so und das packen wir hier hin und wieso habe ich jetzt die dinge dabei so gut ich schaue mal eben kann ich noch mal jetzt fehlt mir eins und saft und dafür brauche ich wieder eine giftige lösung für die giftige lösung einmal schauen und orange oder schleim das kriegen wir hin so Da kann ich wenigstens mal nachgucken. Weiß ich noch nicht immer auswärtig. Äh, was? Ja, pack's rüber, Mann. So. Bitte. Spitzendünger, bitte. Aber zucki, zucki. Rucki, zucki. Nein, diese Energie. Diese Energieverbrauch.